Oh Aber ich weiß, was was also wirklich das fächelt Nein, kannst! Nein, trakt nicht. Schön gesprungen. Da fliegen die Haare über so schön. Das muss er auch. Ja, und fällt da was mit ihm an. Er wollte eigentlich in den Weihnachtsfeld gehen, aber irgendwie hat es nicht gemacht. Ja, in der Haare sind wir so schützt als Haustaus, wenn du ihn gespielt hast. Ich glaube, sie werden dann stehen, weil es krass ist. Den Wiener so noch nicht gemacht. Ja, ich glaube nicht. Oh Gott. Ja, in der Haare muss er nicht machen. Wann zieht sich da? Du hast sogar gewisse aus. Vielleicht sogar etwas Größer oder so? Ja, ich will wieder ein Jahr kommen, wenn ich die Mose verkauft habe, wenn du das Geld hast, dafür nur eine Schreibe oder sowas holen. Nachher werden wir allein mit dem Rollen schon kommen. Schreibe. Ja, die Leute, du bist noch nicht die Verbringung. Ja, die Verkästung. Ja, das ist gar nicht, aber das ist gar nicht. Schreibe. Wollen wir die uns nicht kosten können? Ja. Okay. Oh! Stopp!